Eine ausreichende Lichtpolymerisation ist essentiell für den klinischen Erfolg einer Restauration, egal ob es sich dabei um direkte oder indirekte Restauration handelt. Mit der Blue Face Power Cure kann ich genau das sicherstellen. Durch das breite Wellenspektrum kann ich sicherstellen, dass alle im Dentalmarkt verfügbaren Materialien ausreichend Licht gehärtet werden. Zusätzlich habe ich durch die hohe Leistung und auch durch den breiten Lichtleiter eine Garantie, dass ich auch ausreichend Licht für die Polymerisation an der Restauration habe. Es gibt insgesamt vier Belichtungsmodi bei der Blue Face Power Cure. Diese reichen von dem Pre-Cure-Modus mit 950 mW pro Quadratzentimeter bis hin zum 3S Cure-Modus mit 3000 mW pro Quadratzentimeter. Diese Modi kann ich ganz einfach auf der Blue Face Power Cure einstellen und durch den Display kann ich sie auch sehr übersichtlich sehen. Es gibt ein tolles Feature bei der Blue Face Power Cure, vergleichbar mit dem Spurhalteassistenten beim Autofahren. Wenn ich auf der Füllung verrutsche, dann fängt die Lampe an zu vibrieren, um mir zu zeigen, dass die ausreichende Polymerisation nicht gesichert ist. Wenn ich zu weit mich von der Kapität entferne, dann ertönt ein Signalton und die Lampe geht aus. Danach kann ich die Polymerisation erneut starten. Somit habe ich klinische Sicherheit, dass ich eine ausreichende Polymerisation habe. Alles in allem ein tolles Gerät und eine Unterstützung in meinem Alltag. Also ein Signalton mit dem Spurhalteassistenten стätigen denn ein